Die Zerstörung von Alderaan war das erste große Kriegsverbrechen von Darth Vader, aber das Star Wars Franchise versucht, seine Beteiligung daran runterzuspielen. Chronologisch gesehen hat er natürlich schon viel früher damit angefangen. Auf dem Bildschirm jedoch erlebten die Fans Vaders erste Aktion erstmals in Episode 4 eine neue Hoffnung, als er Prinzessin Leia festhielt und sie zwang, dem Völkermord an ihrem Volk zuzusehen. Im Laufe der Zeit haben sowohl Legends als auch der aktuelle Kanon versucht, den Sith Lord von seiner Beteiligung freizusprechen, wenn auch nur ein wenig. In Ausgabe 48 der aktuellen Star Wars Comic Reihe könnte es einen weiteren Hinweis geben, dass selbst die am stärksten belastete Überlebende Vader nicht so sehr die Schuld gab wie jemand anderen. Die Ausgabe spielt einige Zeit nach Han Solos Gefangennahme durch Boba Fett auf Bespin und zeigt, wie Prinzessin Leia immer noch von Albträumen über den Untergang ihrer Heimatwelt geplagt wird. Sie erzählt Luke, dass sie davon träumt, auf dem Planeten zu sein, wenn er zerstört wird. Sie träumt von großem Moff Tarkin, der sie verhöhnt. Sie träumt, dass sie diejenige war, die den Todesstern auslöste. Doch obwohl Vader anwesend war, richtet sie ihre Schuld nicht auf ihn. Prinzessin Leia macht in dem Comic ganz offen deutlich, dass sie sich selbst die Schuld an der Zerstörung ihres Planeten gibt. Sie wünscht sich, sie hätte mehr tun können und macht sich Sorgen, dass sie ihre Liebsten im Stich gelassen hat. Doch in ihren Albträumen kauert großmoff Tarkin unter Vaders schwarzer Maske und blickt über ihre nervöse Hand hinweg. Wie in den Filmen zu sehen ist, ist Tarkin ein machthungriges taktisches Genie, das sich so sehr der Doktrin der Angst verschrieben hat, dass er gerne auf seine imperialen Mitstreiter tritt, um die Lorbeeren für ihren Terror zu ernten. In Rogue One ist der Hauptantagonist des Films Director Orson Krennic, der direkte Aufseher über die gesamte imperiale Waffenentwicklung, einschließlich der Konzeption und des Bau des Todessterns. Krennic hatte jedoch eine feindliche Beziehung zu Tarkin. Als die Rebellen drohten, imperiale Militärgeheimnisse von Scarif zu stehlen, ergriff Tarkin die Kontrolle über das Todessternprojekt und ließ den Planeten zerstören, auf dem sich Director Krennic noch befand. Es war auch Großmoff Tarkin, dem Prinzessin Leia mehr als jeden anderen fürchtete und den sie für die Zerstörung von Alderaan verantwortlich machte. Bereits in Episode 4 eine neue Hoffnung zeigte Vader, dass er den Bau des Todessterns missbilligt. Unmittelbar bevor er zum ersten Mal die Fähigkeit des Machtwürgens einsetzte, nannte Vader den Todesstern ein technologisches Schreckgespenst und setzte das Projekt im Vergleich zur Macht herab. In Darth Vader Comic Ausgabe 24 denkt Vader über die Zerstörung Alderaans nach und gibt zu, dass er immer noch die Last der Auslöschung des Planeten in sich trug. Wie einst Obi-Wan erlebte auch Vader die Milliarden von Schreien, die in der Macht wiederhalten, bevor sie in plötzlicher Stille erstickt wurden. Im Laufe der Jahre hat Star Wars versucht, Darth Vaders Beteiligung an der Zerstörung Alderaans herunterzuspielen. Nachdem er erfahren hatte, dass es sein eigener Sohn war, der den Angriff auf den ersten Todesstern anführte, machte sich Vader seine Ablehnung gegenüber dem Imperium zu eigen und plante dessen möglichen Untergang. Obwohl Großmoff Tarkin sicherlich die Schuld an der Erschaffung des Todessterns trug, kann der Dunkle Lord nicht vollständig von seiner zufälligen Beteiligung freigesprochen werden. Dennoch ist es gelungen, Vader als herzzerreißenden Bösewicht darzustellen und Geschichten wie Ausgabe 48 geben ihn einen Hauch von Wiedergutmachung. Und damit wären wir mit diesem Video auch wieder am Ende angelangt. Was ist eure Meinung zum Thema? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, dann holt das jetzt sehr gerne nach. Ihr würdet mir damit einen großen Gefallen tun. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein!